Hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute machen wir mal einen kleinen Bankraub in der Bank. Ich bin mal gespannt. Ja, ihr seht noch, wir haben noch von gerade den Polizeiwagen. Und jetzt wollen wir mal einen kleinen Bankraub machen. Mal gucken. So, hier ist niemand in der Bank. Okay, das ist, äh, nicht real life. Das ist nicht real. Okay, wir schalten jetzt einfach mal hier die Jurizisten ein. Äh, Mittag. Wir machen hoch. Und dann geht's auch los. Denn jetzt sind ja auch hier Leute. Das hier ist ein Überfall. Bleiben Sie ruhig. Okay, warte mal. Um das ein bisschen Feuergeschoss und die Zion. Ja. So, so ist es auch besser, ne? So, welche, wir nehmen jetzt mal die Waffe. So, Leute, der Bankraub geht los. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum wir nicht sterben. Weil ich hab ja immer noch den Regisseur-Modus an. Und... Warte mal. Irgendwie konnte man doch die... Ja, geil. Irgendwie geht das hier nicht auf. Äh, schade. Schade, 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 schade. Äh, müssen wir... So, einmal raus hier. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man... Also, ich hab schon öfters mal hier versucht, die Bank auszurauben mit Geld. Aber irgendwie geht das nicht. Irgendwie will das nicht. Okay, die verteilen sich jetzt hier alle. Ey, die sind ja alle hier dahinter. Ja, ich weiß nicht, wie man das ist. Oh, scheiße. Okay, Leute. Müssen wir ja irgendwie raus. Aus der Bank. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir Geld. Geh raus da, geh weg. Lass mich in Ruhe. Er wollte erst mal alles für die sagen. Alter, was ist hier los? Wir hauen ab. Wir hauen ab. Wir hauen hot. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Okay, das ist gutes Deutsch. Wir müssen abhauen, Leute. Wir müssen abhauen, Leute. Ah, scheiße. Geh doch weg. Alter, was wollt ihr von mir? Oh, scheiße. Scheiße. Werde ich das überleben, Leute? Naja, okay. Wir sind unbesiegbar, ne? Wir müssten das eigentlich überleben. Ach, Mist. Mein Auto ist mit scheiße. Wie, 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 wie. Jetzt müssen wir schnell machen. Hier, eine für dich. Eine für dich. Eine. Oh. Okay, wartet. Äh. Was kriegen wir hin? Was kriegen wir hin? Was kriegen wir hin? Wir sind auch Polizist, aber die bemerken das nicht. Okay, wir hauen ab. Über den Berg. Huis. Huis. Ja, also der kleine Bankraub, der geht total schief. Wie ihr seht. Ei, 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 ei. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal eine Bewertung da. Und, äh, schreibt mir, wie würdet ihr das in Rechercheur-Modus machen? Äh, schon, schon richtig geil, was hier abgeht. Äh, jetzt fangen wir mal hier auf den Bauernhof. Uuuuh. Wir machen hier. Ja, wie gesagt, das war's mit diesem Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Ciao. Euer Kim ist Marlon. Äh,AST. OMG. Tschüss. Vielen Dank.